Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen unseren Gästen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Ich darf die beiden Trainer Ole Werner und Thomas Tuchel begrüßen und wie gewohnt zunächst das jeweilige Statement einfordern wollen oder darum bitten wollen. Ole, bitte. Vielen Dank, hallo von mir. Wir freuen uns natürlich sehr über diesen Sieg, den man sicherlich vor der Saison so nicht unbedingt einplant. Trotzdem muss man sich das immer zutrauen. Das haben wir auch so besprochen, dass wir hier in erster Linie natürlich sehr, sehr gut verteidigen müssen, gemeinsam verteidigen müssen, eine klare Idee haben, aber die vor allem auch mit Leben füllen müssen, was Zweikampfverhalten angeht, was gegenseitige Unterstützung angeht. Ich glaube, das haben wir insgesamt von den Stürmern angefangen bis zum Torwart heute alle so auf den Platz gebracht. Und darüber hinaus war uns auch klar, dass wir die Umschaltmomente, die wir haben, gut ausspielen müssen. Ich glaube, auch das haben wir insgesamt getan, dass wir auch mal eine Phase haben oder brauchen, in der wir irgendwo den Rhythmus der Bayern auch mal unterbrechen. Nicht nur in der Art und Weise, wie wir verteidigen, sondern auch im Ballbesitz. Auch das ist uns in kurzen Phasen gelungen. Das hätten wir vielleicht sogar hier und da noch etwas häufiger gern gehabt. Aber unterm Strich ist das Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Leistung der Mannschaft, die Leistung der Spieler war heute außergewöhnlich gut und deshalb freuen wir uns sehr über diesen Sieg. Vielen Dank. Dankeschön. Thomas, bitte. Ja, Glückwunsch zum Sieg. Unterm Strich ein verdienter Sieg, weil wir 70 Minuten nicht wie eine Mannschaft gespielt haben, die einen Sieg erzwingen will, die um die Meisterschaft spielt, die eine Antwort geben will. Wir haben das 20 Minuten getan. Das ist natürlich viel zu wenig und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Wir haben in der ersten Halbzeit bereits viel zu viele Kontermöglichkeiten zugelassen, viel zu viele Räume zugelassen. Sowohl in der Struktur waren wir schlampig als auch im Verhalten in der Struktur, im defensiven Zweikampfverhalten und ja, deshalb Glückwunsch an Werder Bremen. Das ist natürlich ein großer Dämpfer für uns. Dankeschön. Dann zu Ihren Fragen bitte. Hier auf der rechten Seite Hannah Reif für Merkur und TZ. Ja, bitte Sie. Herr Tuche, Sie haben vor dem Spieltag immer betont, man hat die Meisterschaft noch in der eigenen Hand. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ist es Ihnen sowieso viel zu früh, um über eine Meisterschaft zu reden oder ist das jetzt heute für die Köpfe noch so ein Gamechanger obendrauf ab jetzt? Nein, es ist noch sehr früh. Wir haben noch nicht mal gegen Union Berlin gespielt. Wir haben noch nicht mal unsere Hinrunde beendet. Deshalb ist es viel zu früh und es ist auch völlig unerheblich, über die Meisterschaft zu reden, weil es sind nur Worte oder darüber nachzudenken. Es muss einfach ins Handeln kommen. Das sind wir definitiv nicht. Deshalb haben wir heute drei Punkte liegen lassen. Wir haben am Mittwoch die Möglichkeit, es besser zu machen und müssen es auch besser machen. Dann auf der linken Seite, Herr Koltzner für den Kicker. Hallo Tuchli, ich grüße Sie. Wie können Sie sich das, was heute da passiert ist, wie Sie ja selbst sagen, über 70 Minuten, wie können Sie sich das erklären, dass manche Spieler einfach weit weg davon sind, von ihrem Leistungsmaximum? Wenn man ja schon auch öfter hört, dass das Training ja eigentlich ganz gut sein soll oder eigentlich schon dem Anspruch genügt und dass dann zeitweise solche Auftritte am Ende rauskommen. Ja, das kann ich erstmal nicht erklären. Das kann ich Ihnen nur schildern. Ich werde auch damit aufhören, weil es natürlich keinen Sinn ergibt, was ich da erzähle an Ihre Kollegen. Sie waren ja selber dabei im Trainingslager. Sie sehen ja die Qualität selber. Ich mache den Job lang genug, um zu beurteilen, glaube ich, zu beurteilen, wann das Training auf dem Niveau ist, auf dem wir das haben wollen. Das ist seit vielen Wochen wirklich der Fall. Deshalb möchte ich eigentlich der Mannschaft, dass sie auch öffentlich und möchte es nicht hinterm Zaun halten, sondern möchte das auch öffentlich, sie in Schutz nehmen auch ein bisschen und das so schildern, weil das absolut top ist. Aber das bringt ja nichts. Also für Bayern München ein Spiel, sondern es ist am Sonntag ein Spiel. Da musst du nicht am Montag, Dienstag und Mittwoch top sein. Du musst auch am Sonntag und vor allem am Sonntag top sein. Und das waren wir mit Sicherheit nicht und da hängen wir unseren Ansprüchen deutlich hinterher. Wir sind da gemeinsam im Boot und müssen eine Lösung finden, die ich jetzt im Moment, jetzt so kurz nach dem Spiel nicht habe. Aber klar, wir werden das mit der Mannschaft besprechen, aufarbeiten und versuchen, am Mittwoch besser zu machen. David Fehrhoff für die Bild-Zeitung. Hallo, Herr Tuchel. Vor ein paar Wochen habe ich Sie mal gefragt nach der Entwicklung und den Glanzpunkten. Da haben Sie sehr gut geantwortet und haben gesagt, die Ergebnisse glänzen. Ist Ihnen jetzt Angst und Bange, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn also nicht die Ergebnisse stimmen? Ich nehme jetzt nicht Angst und Bange, es ist immer noch Fußball und die schönste Nebensache der Welt. Aber deshalb ist man nicht Angst und Bange. Aber es ist heute leider eine logische Konsequenz aus unserem Spiel und das ist einfach ungenügend. Und das muss man so sagen, das kann niemals unser Anspruch sein, weder meiner noch der von uns gemeinsam als Team, so ein Spiel anzugehen, so eine Halbzeit zu spielen, so aus der Halbzeit rauszukommen und dann nach 70 Minuten zu versuchen, den Schalter umzulegen. Das geht gegen jedes Gesetz von Leistungsentwicklung und von Leistungssport. So funktioniert es definitiv nicht. Und deshalb, ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal als Beweis gebraucht haben, dass auch mal ein Ergebnis ausbleibt, dass wir das vielleicht glauben oder wirklich nochmal erleben müssen oder fühlen müssen. Aber das war heute ein verdienter Sieg für Werder Bremen und das tut natürlich doppelt weh. Es reicht ja normalerweise so schon, ein Heimspiel zu verlieren mit Bayern. Aber verdient zu verlieren auf diese Art und Weise, damit kann ich sehr, sehr schlecht leben. Links oben Klaus Bergmann für die DBA. Herr Tuchel, man konnte gestern bei Leverkusen sehen, was man mit Ecken alles anstellen kann. Heute, Ihre Mannschaft hat vor der Pause die Ecke immer in derselben Form ausgeführt. Einmal landete der Ball dabei dann im anderen Seitenhaus. War das nur eine schlechte Ausführung oder was war die Idee dahinter? Nein, es war so gewollt, dass wir uns ausschießen. Aber erklären Sie, der Ball ist ja nicht einmal in den Strafraum, nicht einmal überhaupt in den Strafraum dann gekommen. Dann müssen wir das in Zukunft besser machen. Wir wurden bis vor dem Spiel noch, glaube ich, wir sind mit die stärkste Mannschaft bei Standardsituationen. Aber wenn Sie es daran aufhängen wollen heute, dass uns das Leverkusen gestern gezeigt hat, wie man das macht, dann ist es heute schwer daran zu widersprechen. Okay, dann hier nochmal die Bild-Zeitung. David Fehrhoff, bitte. Und dann hier noch als Letztes. Vielleicht eine Frage an Ole Werner. Die Bayern suchen ja noch einen Rechtsverteidiger. Hätten Sie Angst, dass Mitchell Weiser sich mit solchen Leistungen noch in den Fokus spielt? Ja, heute ist es, glaube ich, schwer, Einzelne hervorzuheben, weil wir insgesamt als Mannschaft überragend gespielt haben. Ich glaube, da kann man die Position durchgehen. Dass Mitch am Ende des Tages trotzdem das Tor macht, ist kein Zufall, weil das eine außergewöhnlich starke Leistung auch von ihm war, offensiv wie defensiv. Das ist für uns einfach ein Unterschiedsspieler, muss man so sagen. Wir sind total froh, dass wir solche Fußballer in Bremen haben. Zweites Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg, an dem er auch schon seinen Anteil hat. Und hoffen, dass wir ihn auch weiter in Bremen haben. Die Situation bei ihm ist auch bekannt, dass wir ihn alle sehr schätzen. Und auch jeder weiß, warum, glaube ich, ist zumindest dann heute deutlich geworden. Und da bin ich froh, solche Spieler trainieren zu können. Dann noch Philipp Schneider, für die Süddeutsche, bitte. Ja, hallo, Herr Tuchel. Es kam ja in den letzten 20 Minuten dann doch durchaus nochmal ordentlich Schwung auf. Würden Sie sagen, das lag an dem Personal oder lag das an einem Change of Mind oder wie ist das zu deuten? Und wie ernsthaft hatten Sie erwogen, zur Halbzeit so einen Wechsel vorzunehmen? Ja, ich war kurz davor, aber ich wollte auch den Spielern, ich bin ja mit denen zusammen die ganze Woche. Deshalb wollte ich denen auch die Chance geben und Vertrauen geben. Wir sind erst mal ganz ruhig geblieben, das Gesicht zu zeigen, das ich auch von ihnen kenne. Am Schluss war es mit Sicherheit keine Frage der Taktik. Es war, glaube ich, heute das ganze Spiel über keine Frage der Taktik. Weil am Schluss war es natürlich extrem offensiv und fast schon harakierig. Aber so wie Sie gesagt haben, das Personal war ein anderes, das Mindset war ein anderes, 100 Prozent. Aber 20 Minuten reichen nicht als Invest, um die Ziele zu erreichen, die wir uns stecken. 20 Minuten ist nicht, für was wir unterschreiben. Wenn wir für einen Klub wie Bayern München unterschreiben, dann unterschreibst du für 100 Prozent. Das gilt für den Trainer, das gilt für die Spieler. Das haben wir nicht geliefert heute. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank Ihnen. Schönen Sonntagabend noch. Bis zum nächsten Mal. Beijo. Vielen Dank.